Das geht ja so viel einfacher eigentlich. Man muss ja nicht genau drauf sein. Cool. War aber wenigstens nicht so schlimm, weil ich halt dann einmal durchgegriffen habe. Ja, was wäre da eigentlich gewesen? Was wäre für mich gewesen? Die ältere Dings. Ich war's. Na gut. Dachtest du, ich bin dein Team-Mate? Dragon hat gerade Saksa gekillt vor mir. Warum soll ich denn wissen, dass du mein Team-Mate bist? Ich bin alleine, ich gehöre zu den Gänsen. Es war nur zu verlocken, mein Messer da rein zu rapieren. Warum? Er war AFK. Weiß ich nicht. Warte mal. Aber du bist wirklich da gerade in der Saksa und schießt ihn rein? Ich hab's kurz überlegt, aber... Mango, wärst du lecker geblieben, hätte Saksa überlebt. Also, an sich... Ja. Achso, Dragon, du bist doch so'n Bastard, ey. Weil's keine Zeugen gab. AFK killen? Ich bin nur froh, dass... AFK killen ist die unterste Grenze. Äh, nein, nein, nein. AFK ist er nicht gewesen. Er hat so eine Task gemacht. Schön am, äh... Achso, geht. Das ist frech. Also noch nicht gleich als erstes dann töten. Er war vorhin auch als erstes tot. Oh, Entschuldigung, ich bin mit ihm gespottet, es war zu verlockend. Aber wollte er dich an dir, Raham, nehmen? Und du dich an ihm? Ja, Tötz, Strichliste. Es war einfach nur zu verlocken. Strichliste? Einfach töten. Wieso? What? Hä? Das wird geskippt? Dragon hat doch wieder zugegeben. Weißt du, bei mir kann man sagen, ja, ich hab deine vorhin gehört und dann wär ich rausgeschmissen bei ihm. Ja, ich töte doch kein Problem, mach ich, mach ich, mach ich. Er skippt mal. Was? Ah, ich glaub, ich geh essen. Ich glaub, das ist meine letzte Runde. Ich soll auch meine letzte Runde auf jeden Fall. Hier, Darth Dragon, kannst du ihn töten? Oh, Darth Dragon, kannst du ihn töten? Ich kann ihn nicht töten. Kannst du klingeln? Kannst du Glocke? Ja, ich weiß nicht, ob wir es mit Wurz schaffen. Ganz ehrlich. Ja, oba. Ich geb's auf, ich mach jetzt Tasks. Ich geh auch. Ich hab hier oben rechts eine. Oh. Äh, Thun? Drang ist da rechts. Oh. Ah, er ist tot. Ähm, es sieht nach nem Sheriff Kill aus. Und ich wollte bloß Eis essen. Ich versuch's immer noch, aber dafür muss ich erstmal aufkriegen. Alter! Ich hab eine Sekunde nicht auf den Bildschirm geguckt! Und da sind zwei Leute tot?! Drang ist recht, das hat er mir erzählt. Ja. Irgendwann Torn, äh, Dings und hat ihn umgebracht. Und ja. Na. Warum? Ja, trotzdem hat Drang einen Drecksack. Ja, Drang hat für doch drei. Drei Leute. Also, ich will dazu sagen, ich hab mir bloß Eis geholt. Ich war's nicht. Nein. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Also, Leni hat ihr Eis verteidigt. Das ist böse. Ich war's nicht. Und dann können wir uns eingeladen zu kriegen, auf einmal. Ich wollte bloß keinen Wasser holen. Was macht wir jetzt? Ich will mich schon zusammen bohren. Schon wieder zusammen. Hallo. Hallo. Ja. Wir hören hier zusammen nach E. Sovindizierte Ninja ist... Was für Ninja. Was für Ninja! Ja. Ich stehe hier mit meinen besten Freunden, und wir haben hier zwei clienten. Leichen gefunden. Die beiden Leichen sind Keksi und Mango, mit denen ich vorhin gespawnt bin. Und dann sind die auf einmal zu zweit umgefallen. Bitte was, Leni? Ich wurde daran erinnert, dass es noch den Ninja gibt. Ja, wie wurde ich auch gerade daran erinnert. Und dann hat er zugeschlagen. Dann wissen wir ja ich was nicht, weil ich stehe eindeutig hinter euch. Du bist nicht der Ninja? Das ist jetzt einfach so ein Ratspiel 1, 2 oder 3, wer war's? Na, ich war auch nicht. Der mit den zwei A's? Nee, der mit den zwei A's. Toll, entweder ich oder Amarillo, das ist frech von dir. Ja. Dann nimmst du dich einfach raus, was soll das, Zahn? Ja, wieso? Wieso du bist so, ne? Das ist auch ein A-A. Nee, Zahn kann es auch noch sein. Wieso ging er vier? Zahn 24. Da ist doch ein A drin, der hat 20. Ich habe aber gesagt, mit zwei A's. Ja, und du hast zwei A's. A, dein Name, Zahn, der Zahl. Weißt du, aus dem letzten Mal habe ich gelernt, es ist immer Daniel. Was? Du bekommst Daniel zwei Votes. Treppen. Toll. Weil ich gelernt habe, er ist immer der Killer. Hä? Ich habe nichts getan. Ja. Doch. Nein! Hier, haben wir gelohnt. Das will ich jetzt klären. Bitte noch nicht töten. Ich will das jetzt mal klären. Ich bin vertrauenswürdig. Ich bin lieb. Ich bin lieb. Ich bin lieb. Ich bin lieb. Ich bin ganz 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 gut. Ich bin ganz gut mit dir. Ich habe in der ersten Runde gut gevotet. Ich habe nichts gevotet. Na gut, ich habe in der ersten Runde gut gevotet. Ich war... Okay, ich war gegen Dragon. Aber... Finde ich nicht okay. Was? Nicht okay? Uff... Da Shen unser Gespräch belaust hat. Habe ich eure Gespräch gebelauscht? Ne. Na wenn ich das drunter, was kann ich dafür? Wenn Shen hat das gefilt zwischen mir und Ali belaust, finde ich nicht okay. Eeeeh! Also ich finde das nicht... Von Frauen der Ängnisse! Ich staffing es gemein. Ich bin lieb. Ich bin lieb. Ich bin lieb. Das kann nicht sein, weil ein Killer schon tot ist. Und der wurde von Dragon getötet. Echt? Ja. Was war das? Ich bin alleine. Ich bin erst wieder gekommen. ich bin alleine ich hatte ja zu schalen dass du deine mädchen tötet hast nicht so halt dann wollte mich doch aus warum wotest du mich auch nicht okay ich hätte auf er gedrückt da brennt es da drinnen müssen nur warten dass haben wir nicht zu nahe aneinander wieso ist er macht spam er soll uns doch nicht töten wir sind seine einzigen hoffnungen von megan fünf sekunden kannst mich mal man ich wollte auch mal glück hin und dann kommt jemand anderes ich hab mal kurz zu fragen bevor ihr wotet könnt ihr einfach mich wotten nein das ist ja ich wotete ja rilo der hat versucht mich zu töten ich wotest mit daniel du hast mein vote kannst du mir den gefallen auch tun ich hätte gerne einen dodo sieg was sagst du denn ich hab kein geld er zahlt fünf abos er zahlt mit abonnenten lippi kannst du mir den dodo sieg geben die könnt ihr das nicht ich weiß wir brauchen das wir sind nur noch zu zweit linis linis ist ein arg zu mir gewesen sie hat mich nicht reportet und hat auf mich rumgetanzt lippi ist aufgabe ich bin davon geschehen ich bin ja voll süß ne aber die runden davor da bin ich einfach über seine leiche drüber gelaufen was ja wir haben es geschafft daniel jawoll schlag ein ja ich hab doch gefragt ob ich mich wählen kann ich mit dem dodo ja ich wollte dich killen zum fluss ich hab am ende so dieses typische bildungsort gemacht vielleicht von dragon hat mal wieder nen free kill vielleicht von dragon hat mal wieder nen free kill